Musik Vereine, Betriebe und Musikgruppen veranstalten am Samstag, den 2. Juli 2022 in der Marktgemeinde Nussdorf-Debert ein Benefizkonzert der besonderen Art. Erstmals fand ein Open-Air-Konzert auf dem Betriebsgelenst der Firma Holzbau, Diedrücker und Darnküchen Megastore statt. Musik Dabei traten junge Ost-Tiroler und bekannte Nord-Tiroler Gruppen im Dienst der Gruppens Sache unter der Moderation von Robert Wieser auf. Der Rhein-Alleus sollte im Rahmen der Nikolaus-Aktion 2022 Form von Geschenken und finanzielle Unterstützung für Unterbringung ukrainischer Weißkinder in Ost-Tirol übergeben werden. Musik Musik Musik